Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal wieder dem Thema FTMO widmen. In diesem Video soll es darum gehen, wie melde ich denn ein Gewerbe an für Prop Trading und worauf muss ich achten, was brauche ich alles dazu, um ein Gewerbe anzumelden. Das ganze Thema ist insgesamt sehr, sehr groß, deshalb werde ich mich auch wirklich nur darauf beschränken. Ich mache künftig noch weitere Videos, wie geht es danach weiter, worauf muss ich achten, wenn ich die Gewerbeanmeldung erledigt habe, was für Themen kommen noch alles auf mich zu und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mal Trader bin. Also wenn dich all die Themen interessieren, dann würde ich dir empfehlen, abonniere den Kanal, klicke die Glocke an und dann wirst du auch benachrichtigt, wenn neue Videos zu dem Thema rauskommen. Okay, nachdem das aus dem Weg ist, muss ich noch ganz kurz einen Disclaimer hier anbringen. Ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Steuerberater, deshalb sind all die Informationen, die ich dir hier erzähle, keinerlei Beratung, sondern lediglich meine eigene Recherche und mein eigener Erfahrungsweg, den ich so gemacht habe. Das heißt, alles kann auch vollständig falsch sein und wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall selbst beraten lassen. Okay, nachdem auch das aus dem Weg ist, geht es jetzt nach dem Intro los. Da sind wir auch schon und du willst wahrscheinlich wissen, ob du ein Gewerbe anmelden musst, für was auch immer du gerade treibst. Sei es, du willst mit dem Prop Trading anfangen oder du hast einfach nur keinen Plan, ob du jetzt ein Gewerbe brauchst oder nicht und wie das alles funktioniert. Und ich versuche diese ganzen Fragen heute mal zu klären und dir ein bisschen zu zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Das ist ein relativ großes Thema, das heißt alles, was nach der Gewerbeanmeldung noch kommt, will ich separat behandeln in einem eigenen Video. Das heißt, ich möchte mich jetzt wirklich nur darauf beschränken. Und wir fangen direkt mit der Frage an, brauche ich ein Gewerbe für das, was ich vorhabe? Das kommt ein bisschen darauf an, was du tust. Handelst du nur mit deinem Eigenkapital, dann brauchst du kein Gewerbe. Dann kannst du ganz normal, so wie du es wahrscheinlich schon tust, traden und du zahlst dann Kapitalertrag, Steuer auf deine Gewinne. Es kann natürlich ab einer gewissen Größe Sinn machen, sich ein Gewerbe zuzulegen dafür und das da rein auszulagern. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema und dann natürlich was für Steueroptimierung, weil Deutschland da ja auch relativ kompliziert ist für private Trader. Wenn du mehr dazu wissen willst, google einfach mal die 20.000 Euro Verlustregelung. Das kann sehr unangenehm werden und dementsprechend irgendwann auch Sinn machen. Anders sieht das Ganze aus, wenn du theoretisch Fremdkapital verwalten willst. Das darfst du als privater Trader eigentlich erstmal gar nicht, denn dafür bräuchtest du eine BaFin-Lizenz. Was es dann noch gibt, ist das sogenannte Prop Trading und das ist das, was FTMO auch macht. Das ist kein Fremdkapitalhandel im eigentlichen Sinne, sondern was hier passiert, ist eine Dienstleistung auf Provisionsbasis. Das heißt, technisch gesehen handelst du für FTMO ein Demokonto, simulierst quasi den Handel und sie können dementsprechend entscheiden, ob sie diese Trades in welcher Weise auch immer übernehmen möchten und auf einem Echtgeldkonto umsetzen. Das heißt, du bist eigentlich vollständig von denen entkoppelt, weil da hängt nochmal ein Algorithmus dazwischen, der absichert, ob er diesen Trade eingehen möchte oder nicht und damit liegt die Entscheidung nicht mehr bei dir. Das heißt, du bist wirklich nur ein selbstständiger Gewerbetreibender auf Provisionsbasis. Das aus dem Weg hast du auch schon mal die Antwort. Du brauchst ein Gewerbe, wenn du Prop Trading machen willst. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, wenn ich ein Gewerbe anmelden möchte, ist die erste Frage, die ich klären muss, welche Rechtsform wähle ich dafür? Und das kann ich dir per se nicht beantworten. Das kommt natürlich ganz auf deine eigenen Umstände an. Es gibt da natürlich unzählige Möglichkeiten, wie Einzelunternehmen, du könntest theoretisch eine GmbH gründen und es darüber laufen lassen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich möchte jetzt einfach mal auf den gängigsten Weg eingehen, den ich auch beschritten habe. Und das gängigste dabei ist, dass du einfach ein Einzelunternehmen anmeldest. Das heißt, du bist dein Unternehmen sozusagen. Du hast erstmal keine Angestellten oder sonst was, sondern du bist als Unternehmen dann registriert. Das hat insofern Vorteile, weil es relativ unkompliziert ist. Du brauchst dafür keinen Gesellschaftervertrag oder ähnliches, sondern es ist eigentlich wirklich einfach nur ein Online-Formular und dann bist du relativ schnell selbstständig. Das Ganze hat dann noch so einen kleinen Twist in Deutschland, den du dir auch vorher überlegen solltest. Denn wenn du dich für ein Einzelunternehmen entscheidest, stehst du vor der Wahl, nehme ich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch oder nehme ich sie nicht in Anspruch. Das ist ein steuerliches Thema und wenn du sicher sein willst, solltest du dich von deinem Steuerberater diesbezüglich beraten lassen. Ich kann dir mal kurz den Unterschied erklären, wie ich ihn verstehe. Dabei geht es in erster Linie darum, Neueinsteiger im Thema Selbstständigkeit ein bisschen in Anführungszeichen zu unterstützen, indem man ihnen ein paar Regelungen ja abnimmt. Denn als Selbstständiger bist du verpflichtet, gewisse Dinge zu tun, wie Umsatzsteuer, Voranmeldung und solche Sachen. Ich komme auf diese Themen alle noch zu sprechen. Im nächsten Video dann, was für Pflicht man hat und sowas. Aber das einfach mal vorab. Das heißt, Kleinunternehmerregelung bedeutet, du sagst quasi, hey, ich habe ein sehr kleines Unternehmen, ich möchte mich von der Umsatzsteuer befreien lassen, von der Gewerbesteuer befreien lassen und habe dafür keine Umsatzsteuer abzuführen. Das geht allerdings nur bis zu einer bestimmten Grenze. Das heißt, du bist hier limitiert in dem, was du an Gewinn erwirtschaften kannst, was du an Umsatz erwirtschaften kannst und kommst du über diese Grenzen, rutschst du in das normale Einzelunternehmen. Jetzt denkt man sich erstmal, ja, ist doch eigentlich ganz cool, muss ich keine Umsatzsteuer zahlen, mache ich. Hat aber auch Nachteile, weil du eigentlich als Unternehmer die Umsatzsteuer und die gezahlte Umsatzsteuer beziehungsweise eben vor Steuer miteinander verrechnen kannst in bestimmten Fällen. Das kläre, wie gesagt, wieder mit deinem Steuerberater bitte. Aber das möchte ich an der Stelle einfach nur gesagt haben. Das heißt, dir kann sogar ein Nachteil dadurch entstehen, dass du diese Regelung in Anspruch nimmst. Und zwar aus folgendem Grund. FTMO sitzt nicht innerhalb Deutschlands, sondern hat seinen Hauptsitz in der Tschechischen Republik, das heißt innerhalb Europas. Und da gibt es umsatzsteuertechnisch eine Möglichkeit, ein sogenanntes Reverse-Charge-Verfahren anzuwenden, mit dem du von der Umsatzsteuer befreit bist und quasi diese Umsatzsteuerpflicht an FTMO überträgst, dass die das bei sich abführen. Hat für dich dann den netten Vorteil, dass du dich um dieses Thema nicht kümmern musst. Das heißt, du zahlst effektiv keine Umsatzsteuer an den Staat erstmal und hast damit eigentlich den Vorteil von der Kleinunternehmerregelung ebenfalls, kannst aber auch gleich die umsatzsteuerlichen Vorteile von der Verrechnung für dich nutzen und bist nicht limitiert in dem, was du an Gewinnen erwirtschaftest oder an Umsätzen einnimmst. Das Ganze zum steuerlichen Thema, wie gesagt, da am besten einen Steuerberater konsultieren. Ich für mich habe mich aus den hier genannten Gründen dafür entschieden, ein Einzelunternehmen zu gründen und auf die Kleinunternehmerregelung explizit zu verzichten. Okay, jetzt wisst ihr, was für ein Unternehmen ich angemeldet habe und jetzt möchte ich mal dazu kommen, was brauche ich denn alles dafür und wie mache ich das? Also, wie mache ich das ist relativ simpel. Du suchst dir deine Stadt aus und guckst mal, ob es vielleicht ein Online-Formular gibt. Generell geht es immer beim Gewerbeamt und Gewerbeamt ist sehr häufig eben Städtesache oder Landkreis, wo auch immer, wer auch immer für dich zuständig ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist keine Sache, was jetzt bundesweit läuft, sondern du hast eben regionale Zuständigkeiten. Das heißt, such dir mal wahrscheinlich da, wo du deinen Ausweis auch machen lässt, irgendwo da in der Gemeinde oder was auch immer. Guckst du mal, ob die ein Online-Formular haben, um ein Gewerbeamt zu melden. Ansonsten such dir das Gewerbeamt in deiner Nähe. Die können dich da auch beraten. Das ist alles auch wirklich nicht so wild, wie man sich das vorstellt. Ich habe jetzt hier mal für euch noch ein Beispiel für die Stadt Köln. Wir gehen das Ganze mal durch. Da gibt es dann so eine E-Meldung, wenn du einfach mal eingibst, dass du ein Einzelunternehmen anmelden möchtest, kommst du auf die Möglichkeit, eines zu erstellen. Das heißt, du gibst hier einfach ein, wählst deine Rechtsform aus, in meinem Fall das Einzelunternehmen. Es ist eine Neuerrichtung des Betriebs, weil ich noch kein Unternehmen hatte in diesem Fall. Und hier kannst du dann noch eingeben, zu welchem Zeitpunkt du das anmelden kannst. Wichtig an der Stelle, du kannst es auch rückwirkend machen. Das heißt, du könntest theoretisch zum, keine Ahnung, 1.1. dieses Jahres dein Unternehmen schon anmelden und hast dann die Möglichkeit, auch steuertechnisch vielleicht Dinge abzusetzen, die du dir dafür gekauft hast. Möglicherweise, das kann ich dir auch nicht mit Sicherheit sagen, aber vielleicht irgendwelche Fortbildungen, die du dafür gebraucht hast oder Challenges, die du bezahlt hast, könnte man möglicherweise dann steuerlich noch geltend machen. Musst dir dann wieder dein Steuerberater erzählen. Okay, wir ändern jetzt einfach mal nichts daran und sagen, wir melden uns heute an, wollen ein Unternehmen gründen, tragen dann hier alles ein, was eben für uns wichtig ist. Wir erstellen ein Gewerbe auf uns selbst. Das heißt, ich nehme meinen ganz normalen Namen in diesem Fall. Das heißt, hier tragt ihr einfach euren vollständigen Namen ein. Beim Einzelunternehmen trägt das Unternehmen meistens einfach euren Namen und dann wählt ihr alles Notwendige aus. In dem Fall, es ist ja nur eine Niederlassung. Der Staat ist nicht involviert. Ich habe als Betriebsart Sonstiges, weil es ja eigentlich eine Dienstleistung auf Provisionsbasis ist und da, finde ich, passt keines der Sachen. Keine beschäftigten Personen in Vollzeit, ihr seid ja alleine und das sind Dinge, die ihr für ein Einzelunternehmen nicht braucht, Sondergeschichten, wenn ihr da irgendwelche Lizenzen für andere Unternehmen bräuchtet oder sowas, kann man in dem Fall skippen. Ich gebe hier eine fiktive Adresse ein. Das ist nicht meine Adresse. Eine fiktive Telefonnummer, E-Mail. Ihr kennt das ganze Spiel. Und dann kommen wir zum eigentlich spannenden Teil, wozu ich wirklich die meisten Fragen bekomme, ist, was gebe ich in der Tätigkeit ein? Und da gibt es verschiedene Aussagen im Internet. Viele sagen ja Dienstleistung auf Provisionsbasis oder Dienstleistung im Internet auf Provisionsbasis. Könnt ihr gerne versuchen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass vielen das zu ungenau ist, weil das im Endeffekt alles sein kann. Das heißt, ihr könnt es versuchen. Im schlimmsten Fall bekommt ihr dann vielleicht eine Mail oder einen Anruf von eurem Gewerbeamt, die euch sagen, hey, die Tätigkeit ist zu ungenau. Könntest du das bitte präzisieren? Hatte ich auch. Dann erklärt man halt, was es genau ist. Und damit hat sich die Sache. Ich würde davon abraten, Trading zu erwähnen oder Handel oder ähnliche Begriffe. Ich würde versuchen, das rauszuarbeiten, dass das Ganze wirklich Arbeit auf Provisionsbasis ist und zwar mit virtuellen Demokonten, weil das letztendlich im Zweifelsfall natürlich wichtig ist, damit ihr aus der Geschichte mit der BaFin-Lizenz raus seid, weil es muss klar sein, dass es kein echtes Fremdkapital ist. Ich habe hier jetzt einfach mal so ein Beispiel, eine Formulierung zusammengeschrieben. Das Feld ist groß, es ist völlig in Ordnung, wenn das nicht mit zehn Worten erledigt ist, beschreibt die Tätigkeit einfach. Das ist völlig okay. So als Beispiel könnte man vielleicht sagen, Dienstleistung zur Beschaffung von börslichen Handelsinformationen auf Provisionsbasis. Dabei wird eine Handelssimulation auf virtuellen Demokonten durchgeführt, mit deren Hilfe Kunden eigene Handelsentscheidungen treffen können. Das ist nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so durchgeht oder nicht, aber wie gesagt, es kann dabei nicht viel passieren. Im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach bei eurem Gewerbeamt anrufen, denen versuchen, das zu erklären und dann helfen die euch bestimmt, was da rein muss. Wie gesagt, an der Stelle einfach nochmal der Hinweis, ich persönlich würde dazu raten, das Thema Provisionsbasis, Provisionsarbeit und Dienstleistung deutlich zu machen, weil das natürlich eine große Auswirkung auf alles hat. Wenn ihr weitere Tätigkeiten habt, seid ihr auch gut beraten, wenn ihr die gleich mit aufnehmt. Also keine Ahnung, vielleicht habt ihr noch ein anderes Business, das ihr da mit hochziehen wollt oder ihr verkauft irgendwie Merchandise, macht Dropshipping, seid Instagram-Influencer und wollt das alles damit abhandeln, dann könnt ihr noch eine weitere Tätigkeit dazu packen. Das hat dann nämlich noch einen weiteren Vorteil. Ihr seid aus dem Thema Scheinselbstständigkeit raus. Scheinselbstständigkeit ist auch noch so eine Frage mit Gewerbeanmeldung. Gibt es ja immer wieder Gerüchte, ja, was ist damit? Ist das nicht irgendwie blöd? Das hier sind eigentlich die Merkmale, wie man Scheinselbstständigkeit definiert und zwar unmittelbare Weisungsbefugnisse des Auftraggebers. Gibt es nicht? Feste Arbeitszeiten gibt es nicht? Reporting-Pflichten gibt es nicht? Feste Integration in Prozesse und sonstige Infrastruktur als Auftraggebers gibt es ebenfalls nicht. Ihr arbeitet ja nicht im Büro von FTMO, sondern nutzt euren eigenen Space dafür mit euren eigenen Prozessen. Feste Bezüge habt ihr ebenfalls nicht, weil ihr Provisionsbasis bezahlt werdet und Urlaubsanspruch schon gleich gar nicht. Das heißt, eigentlich kann euch niemand was. Ihr seid nicht scheinselbstständig. Wenn es da zu einer Prüfung kommen sollte, seid ihr aber natürlich leichter aus dem Thema raus, wenn ihr noch andere Tätigkeiten habt oder noch einen weiteren Kunden, weil spätestens dann ist die Sache eigentlich endgültig vom Tisch. Das heißt, wenn ihr nicht nur bei FTMO tradet, sondern vielleicht noch bei MyForexFunds, TrueTradingFunds, es gibt ja sehr, sehr viele Prop Trading Firmen mittlerweile. Wenn ihr bei 2 seid, seid ihr auch dann aus diesem Thema 100% raus. Dann die Frage, wird die Tätigkeit im Nebenerwerb betrieben? Kommt drauf an, bist du noch Arbeitnehmer oder nicht? In meinem Fall ja. Klicke hier auf Weiter, kann dann hier noch meine persönlichen Angaben machen als Inhaber und dann kommt der Abschluss des Ganzen. Das ist dann eigentlich auch schon die Gewerbeanmeldung. Es ist in 15, 20 Minuten erledigt und ihr seid damit durch. Jetzt ist noch die Frage, was brauche ich denn noch für die Gewerbeanmeldung? Und da würde ich euch dringend raten, dass ihr euch auch gleich ein Unternehmenskonto erstellt, weil ihr natürlich alles, was für euer Gewerbe passiert, strikt trennen solltet. Ihr müsst das Ganze ja letztendlich am Ende des Jahres abrechnen und weder ihr noch euer Steuerberater wird Bock haben, das alles von eurem privaten Konto zu trennen. Deshalb tut euch den Gefallen und macht das einfach gleich vorab und kümmert euch da um mögliche Dinge. Ich kann euch da was empfehlen, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht und zwar gibt es, ja eigentlich, es gibt natürlich unzählige Business-Konten. Zwei, die besonders cool sind, sind zum einen Contest und zum anderen Penta. Ich persönlich nutze Contest. Ein Bekannter benutzt Penta, ist eigentlich relativ gleich. Was macht das Ganze cool? Ist zum einen natürlich einfach ein Geschäftskonto mit den typischen Online-Funktionen, wie man es halt kennt, hat aber auch noch den schönen Nebeneffekt, dass das Ganze deine Ausgaben kategorisieren kann. Das heißt, du ersparst dir im Rückgang dann schon einiges an Arbeit, wenn dein Einkommen reinkommt und du eben gleich sagen kannst, okay, das ist die und die Position oder wenn du was bezahlt hast mit 19% Umsatzsteuer, kannst du auch das gleich als Geschäftsausgabe deklarieren mit 19% und Contest separiert es für dich auf virtuellen Konten. Das heißt, dir wird gleich angezeigt, was kannst du von dem Geld, das du bekommst, eigentlich behalten. Das ist natürlich nur ein Teil, weil du musst ja Steuern zahlen. Und hier werden deine Steuern berechnet und auch gleich, was du möglicherweise an Umsatzsteuer zahlen musst oder zurückbekommst, wenn du dich für ein Einzelunternehmen ohne die Kleinunternehmerregelung entscheidest. Ich habe dazu auch immer wieder die Frage bekommen, was ist es denn steuerlich, was bleibt am Ende übrig? Einzelunternehmen bedeutet in dem Fall ja Provisionsarbeit und Provisionsarbeit kannst du dir vorstellen, als wärst du einfach Arbeitnehmer. Das heißt, du zahlst im Endeffekt die ähnlichen Steuern, wie du am Ende deiner Berufslaufbahn zahlst. Und dabei sei noch gesagt, wenn du beides gleichzeitig ausführst, dann wird das natürlich auch aufalliert. Das heißt, der höchste Steuersatz, den du bisher hast, wird dann auch für diese Gewinne angesetzt. Dementsprechend zahlst du, je nachdem, wie viel du verdienst, bis zu 42% Steuern oder wenn du richtig krass gut verdienst, dann eben auch noch mehr. Kann man dann natürlich alles optimieren, gar keine Frage. Bin ich aber nicht kompetent genug, um dir das zu erzählen. Ich spreche nur von meiner eigenen Erfahrung. Das heißt, ja, rund 42% Steuern sind hier schon mal weg für die Einkommenssteuer. Und deshalb finde ich das ganz cool, dass Kontist das schon mal in so separate, virtuelle Konten packt, weil du dann immer im Blick hast, wie viel davon du zurücklegen solltest für die Steuern. Denn du solltest was für deine Steuererklärung zurücklegen und nicht alles Geld ausgeben, denn sonst hast du am Ende des Jahres vielleicht ein Problem. Penta macht das Ganze ebenfalls gleichwertig, also da gibt es für mich weder große Für- noch Gegenstimmen für keine der beiden. Schau es dir einfach in Ruhe an, was dir besser gefällt. Das Ganze hat noch ein anderes cooles Feature, nämlich die Integration in LexOffice. Was ist LexOffice? Das nächste Tab, das ich hier habe, das ist eine Buchhaltungssoftware, mit der du dann das ganze Abrechnungsthema als Gewerbe wirklich sehr komfortabel gestalten kannst. Und diese beiden Sachen zu verbinden, macht das Ganze einfach noch viel, viel besser. Das heißt, alles, was du an Einkommen oder an Kosten über dein Konto laufen hast, wird automatisch in dein Buchhaltungssystem übernommen, in LexOffice. Du hinterlegst die Belege und damit ist es fertig einkategorisiert, alles wird richtig berechnet und du hast eigentlich wirklich nicht den großen Stress mit deiner Buchhaltung. Das heißt, die Sachen in Kombination sind wirklich sehr, sehr cool. Deswegen empfehle ich ein Geschäftskonto bei Contest oder bei Penta, weil die eben auch beide diese LexOffice-Integration haben. Kostet natürlich alles was, aber hier habt ihr den Vorteil, ihr seid dann Unternehmer und könnt diese Kosten natürlich auch dementsprechend abrechnen. Ich habe hier noch ein drittes Tab, das ist WISE. Das Ganze habe ich ebenfalls bei mir in Benutzung. Ich habe auch hier noch ein Geschäftskonto. Das hat einen einfachen Grund. Bei WISE hast du die Möglichkeit, Geschäftskonten in verschiedenen Währungen anzulegen. Das heißt, du kannst hier sowohl Euro als auch US-Dollar haben. Das Ganze geht bei Contest und bei Penta, soweit ich weiß, leider nicht. Das heißt, wenn du irgendwie mit US-Dollar zu tun hast, dann brauchst du da nochmal irgendwie eine Transferschicht. Und dafür benutze ich WISE. Das heißt, ich lasse mir meine US-Dollar-Konten auf WISE ausbezahlen, transformiere das Ganze in Euro und schiebe es dann zu Contest rüber. Das ist insofern auch ganz cool, weil die wirklich extrem gute Raten haben und da die meisten, die ich bisher gesehen habe, einfach schlagen. Sie werben ja hier auch schon sehr plakativ mit dem viermal günstigeren International Account, weil sie eben schon wirklich relativ gute Preise haben. Also nicht Preise, sondern Conversion Rates zwischen den verschiedenen Währungen. Und das Coole an der Geschichte ist, dass du wirklich auch nur einmalig 50 Euro zahlst. Dann hast du das Geschäftskonto und dann geht eben nur für jeden Transfer so eine kleine Fee weg, also eine kleine Gebühr. Aber das ist alles noch im Rahmen. Okay, das heißt, du hast verschiedene Konten. Vermutlich, wenn du US-Dollar-Konten möchtest, was ich in der aktuellen Zeit empfehlen kann, weil man eben für dasselbe Geld einfach mehr Kapital zur Verfügung bekommt, dann brauchst du für US-Dollar-Konten ein Konto, das US-Dollar empfangen kann und ansonsten ein Geschäftskonto wie Kontist oder Penta. Wenn du nach deinem Konto gefragt wirst, kannst du dann in diesem Formular eben auch gleich dieses Konto hinterlegen und das so als dein Hauptkonto betrachten. Das wäre einfach nur eine Empfehlung meinerseits. Und dann bist du mit dem Thema Gewerbeanmeldung soweit durch. Das heißt, du hast alles abgeschickt, das Ganze geht jetzt zum Gewerbeamt, wird dort bearbeitet und sobald die damit fertig sind, wirst du benachrichtigt und bist damit offiziell Unternehmer. Danach kommen einige Dinge auf dich zu. Es gibt einiges, was du noch beachten musst, was du vielleicht noch erledigen musst. Das ist aber ein Thema für ein neues Video, sonst rede ich unendlich lange und deshalb möchte ich dich nicht weiter quälen und auf das nächste Video zu dem Thema verweisen. Wenn du jetzt also dein Gewerbe angemeldet hast, dann kommen noch viele weitere lustige Themen auf dich zu. Eins davon ist der Bogen zur steuerlichen Erfassung. Das führt jetzt aber zu weit. Das sind dann alles Dinge, die ich in den nächsten Videos behandeln möchte. Ich würde dir noch ganz kurz raten, dich vielleicht zeitnah um die Gewerbeanmeldung zu kümmern. Im Best Case sind diese ganzen Sachen sogar erledigt, bevor du anfängst mit Challenges. Einfach, weil es natürlich seine Zeit dauert und wenn du erfolgreich bist, willst du ja nicht auf die Dokumente warten, bevor du den Vertrag unterzeichnen darfst. Das soll es dann soweit gewesen sein. Wenn du noch einen Anbieter suchst, bei dem du diese Challenges durchführen möchtest, kann ich dir sehr FTMO ans Herz legen. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen dort gemacht und möchte die deshalb auch weiterempfehlen. Falls du dort noch kein Konto hast, kannst du dich auch gerne über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Ich möchte dazu sagen, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du dich darüber anmeldest und eine Challenge kaufst, bekomme ich einen kleinen Teil als Provision von deiner ersten Challenge-Gebühr. Das Ganze ist natürlich völlig freiwillig. Ich bin auch niemandem böse, wenn er sagt, das möchte ich nicht und keine Sorge, ich werde keiner dieser typischen Affiliate-Bomber, sondern ich stehe hinter FTMO und finde das die beste Firma im europäischen Raum. Das soll es dann auch wirklich gewesen sein zu diesem Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde ich mich auch über ein Abo von dir freuen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer stabile Trades. Pass auf euch auf, pass auf euer Konto auf. Ciao, ciao.